Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mario Kart 8 mit einem aus dem Team Pete's Meat. Peter sucks! Peter sucks! Sucks! Womit hab ich das verdient, schnell, diese Aussage? Schaffen wir das, dass Peter nicht erster wird, die Folge. Das schaffen wir, ne? Mach mal. Ich verfliebe erstmal, dass du nicht letzter bist. Ja, genau, ich glaub an euch. Das du nicht letzter bist. Nämlich. Sepp. Big blue, big blue. Nein. Jaaaa! Die ist auch cool. Alter. Bin zufrieden, der Cheep Cheep Strand ist überhaupt nicht Cheep. Cheep Cheep. Sieht mehr Expensive aus. Der ist Cheet Cheet Strand. Wer cheetet denn hier? Also wenn du da hinkackst, dann ist er vielleicht Cheet Cheet, ja aber. Wer hat denn eigentlich den Inkeling? Auf nem Moped? Ich. Ich hab grade von White Yoshi gewechselt. Pino Yoshi? Gibt nicht White Yoshi? Was ist denn jetzt mit dem Moped so falsch? Ja, keine Ahnung. Das ist schon crazy. Das ist halt schwer. Ah ja, komm. Peter hat als Zweiter ne Rude gekriegt. Das ist korrekt. Peter kriegt alles, was er will. Das war nicht so gut. Das waren Fahrfehler. Fahrfehler werden bestraft hier in Mario Kart. Mario Kart. Mario Kart. Mario Kart. Mario Kart. Oh Gott, du Pils! Oh Bämmchen! Wollte nur, dass Christian wieder mit vorne fährt. Das... Ja Peter, räumen wir einfach hinten dann auf. Jetzt wird aufgeräumt. Ja, ja. Gestern die Bude, heute die Welt. Okay, drei Pilze schon mal. Bam, bam, bam. Oh nein. Banane ab. Herr Sepp hat mal schon mal. Okay. Chris hat... Tschüss Peter. Ey, ich hätte drei Rude, du Fickskopf. Die hab ich jetzt nicht mehr. Scheiß drauf. Erstmal nicht ficken. Ey! Boah, erstmal schön. Nein, wer ist erster? Oh Gott! Oh, wo kommt denn hier die Völkse her? Oh Peter, hab ich mich getroffen. Das ist so schön. Und wo kommt denn die Rude her? Willst du aber... Ja, du hast mich getroffen, Jay. Das ist jetzt alles ganz schön ungünstig hier wieder. Hacken auf, ey. Okay. Nochmal. Drei Pilze. Nnennennennennennennen. Was gibst du mir jetzt? Okay, drei Pilze. Nnennennennennen. Ach komm schon. Nein, jetzt hab ich Windschatten bekommen. Oh shit, ich hab doch gleich wieder. NAAAIN, ich hab mich selber abgeschaut. NIE, jetzt hast du... NEIN, nicht die Mappe. Du Fickst du. Du hat eine gefickt, Junge. Yes. Wuuuh. Nice. Scheiße. Boah, da war ich kurz vor. Oh, Alter. Alter. Da war ja alles drin in der letzten Kurve, ey. Mann, ey. Alles drin. Das war schon ein cooles Rennen, auch wenn ich sehr still war. Und ich war hard concentrated. Shit, shit, Strand. Boah, ne geile Map jetzt. Ja, echt mal. Ja, find ich auch. Das war auf jeden Fall mehr so nix. Warum nimmst du eigentlich nur die Aids-Strecken, Sepp? Weiß ich nicht, weil du nur die eine nimmst vielleicht. Die kommt ja niemals dran. Ah, jetzt zu dir das Streckenduell. Können wir nicht einfach alle immer zufällig nehmen, dann ist diese ganze Streckendiskussion auch weg? Nö. Ich nehm immer zufällig andere die gleiche. Ich hab letzte Folge ganz viele zufällige gemacht. Ja, okay. Seppendiskussion legt andere die gleiche. Guck mal, jetzt hier. Oh nein, oh Gott, shit. Schöne zufällige Strecke. Wow, immer die gleichen hier. Oh, ein Punkt sieht jetzt nicht so gut aus bei mir. Hm. Egal. Machen wir. Hey Jungs, all auf Peter. Ich weiß nicht mal, ob der Inkling viel Beschleunigung hat. Also wenn er so gut fährt, wie das Spiel ist, mach ich erst mal einen Fehlstart. Wie er aussieht. Schon wieder? Schon wieder? Was ist denn da los? Egal, ich hol den noch. Wir hätten da, wir hätten da eine Banane ge... Oh, die hat der, glaube ich, von sich dran gehabt. Drei Pilze. Kein Problem. Da ist Kassel. Boah, nicht über die einen springen, dann wäre ein großer Fehl. Okay, ein einzelner Pilz. Kein Problem. Das gibt's doch nicht. Nein, du Wichskopse! Peter! Ich hab dich lieb! Okay, was gibst du mir jetzt? Okay, ein goldener Pilze. Das wäre knapp. Leck mich am Arsch. Nee, Christian! Wie, Christian! Du hast mich abgeschossen! Ja, und du wischst danach! Oh, Peter! Peter, schneller als die große! Ja, ich hatte goldene Pilze und drei. Jetzt wurde ich getroffen. Und da kommt die nächste direkt in der Meer. Ja, aber da war ich noch im Window! Alter, ich krieg nur Geschwindigkeitssachen hier. Außer jetzt ist das ein Stern. Nein! Ab in den Tod der Hölle! Ich bin auch getroffen worden von der Scheiße! Geil! Zweit mich! Was? 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 Der ist noch drunter geworden. Mit Holz geht, Junge! Auf der Ziellinie! Uh! Das war nicht schlecht. Da kann man den Peter auch mal feiern. Von Jay war das einfach überdurchschnittlich Kacke! Ja gut, der wurde halt getroffen. Was soll er machen? Sich nicht treffen lassen. Ja! Okay, gut. Z.B. Mich hätte er... Ich meine, er ist z.B. bei mir gar nicht getroffen worden von einem Item, was aufs I gegangen ist. Sondern es ist meine Explosion, die auf mich gegangen ist, durch den Blauen reingefahren. Oh, das ist ärgerlich dann. Als hätte man ja bremsen können, rechts dann vorbei. Gab's viele Möglichkeiten. Jawoll! Schöne Strecke hier von Jay aus gewesen. Das sind so Momente, wo ich Jay's Facecam vermisse. Die ist jetzt, glaube ich, einfach nur rot. Oder ist gegangen? Ich bin mir nicht sicher. Das wäre auch lustig. Steht ja gleich einfach da so rum, macht nix. Komm, jetzt steigen wir eine Schnitzel. Alle geben Gas. Jay ist noch da. So, kein Fehlstand jetzt. Jetzt läuft die richtig hart für mich. Boah, von der Mokar hab ich echt total mal. Du hast den Rot in der Hand gehabt, ja? Meinst du, ich hab das nicht gesehen? Okay, drei Pilze. Das ist die Folge der Pilze. Das ist die Folge der Pilze. Da durch. Okay, wir sind gerade mit allen. Okay, wieder ein Pilze. Kein Problem. Machen wir. Nein! Ach Jay, du kleiner Mieser. Was war das denn? Okay, wieder. Was passiert, Sepp? Okay, drei Pilze. Ey! Gott verdammt den! Ich hab dein Alu Agba nicht gehört. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh shit. Oh was war das denn? Ich hab' auch gefickt hier von so viel Bananen, die kann ich gar nicht schlucken. Du. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wie weit ist Christian denn vorne? Oh, da dürfte er bereichen, oder? Ah ne, Bram ist ja vorne, ne? Oh nein! Was war das denn hier? Einfach keine Chance gehabt. No chance, man. Scheiße. Oh mann, ey. Alles ist kacke. Jetzt ist mein Eis, den hab ich im Tiefkühlfach vergessen. Jetzt ist es wirklich Eis. Alles ist kacke Mein Leben ist scheiße Das sieht nach einer perfekten Runde aus Für dich kann das sein Du musst es natürlich jetzt Ich wollte nochmal fragen Ob ich mich nicht verrechnet habe Ja guck mal hier Zufällig Geil zufällig ist super Ja lieber nochmal eine Strecke fahren Die wir schon hatten als die Scheiße Die du da ausgewählt hast Das ist richtig Riecht einfach nur dass das schwerer wird Aber rein rechnerisch müsste ich erster bleiben Oder egal wann ich jetzt letzter werde Das könnte sogar passieren 6 Punkte geben wir für den ersten oder? Ja genau 18, 2010 habe ich das richtig gesehen Das habe ich tatsächlich gar nicht Ja das war kein Item und reingesteckt kriegen Das find's doch geil Das ist doch ein Traum Das ist ein Dream Item Das verstehst du noch kein 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 Item Ein Item und reingesteckt kriegen Das ist ja Traum Nee jetzt habe ich Peders Panzer rasiert Oh komm der Niveau hier Jetzt ist er weggegangen Ja Da war so jemand ganz nah bei Ach klau mir doch nicht meine Ich habe noch Verteidigung Nicht schießen Aua Oh man Da ich hasse euch alle Da habe ich gut gefressen War lecker Peter Nee war scheiße Oh Wie aber letzter Wieso denn immer nur ein Pilz Das ist das behindertste Kackfick Item Was gibt Oh ja Oh nein Jetzt kommt Bram mit dem Stern Nee nicht tun Bram Kein Item Gibt auf der Mipfel zwei Items Das ist ja jetzt erst Ja hier sind Items super wichtig Boah Bäm Wie vor Nein Aber zwei ist okay Das ist aber weit draußen Ja aber Bram war das recht Du warst ohne ein Hulver Absolut Absolut Naaah Naaah Oh Mann Oh geht da Boah Schade Keine perfekte Runde war von dir Bram Na das ist schade Aber erster immerhin Ja Mit 19 Punkten Ist auch schon nah dran Das ist schon sehr cool Ich hoffe ihr hattet auch wieder Spaß Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer Bei unserer kurzen knackigen Folge Mario Kart 8 Lübs Schaut euch auch nächstes Mal wieder ein Bis dahin Haut rein Bis Bis